Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dauntless Video. Ich glaube Part 147 dürfte es sein, glaube ich, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich habe nämlich ein paar Parts voraufgenommen. Bleibt kurz dran, es wird kein langer Part, 5 bis 10 Minuten, schätze ich mal, wird der hier dauern. Und ich möchte gerade auf ein paar neue Neuerungen eingehen, ein paar Fragen, die ich von euch bekommen habe. Und jo, es hat sich ein, zwei Sachen haben sich getan im Spiel oder bei mir im Fortschritt, den ihr vielleicht auch in den nächsten Parts jetzt nicht mehr erkennen werdet. Zum Beispiel ist es jetzt hier dunkel geworden in Ramsgate und das ist die nächsten Parts nicht so. Ich glaube, ich habe schon vier oder fünf Folgen voraufgenommen mit eigentlich auch euren Wünschen, einem exotischen Pistolenbild. Ich glaube sogar zwei. Was habe ich noch drin? Ich glaube noch ein Bild für die Äther Striker, auch wieder ein sehr cooles Bild, das ich für die Prüfungen genutzt hatte. Ja, so ein paar Fragen, die ihr mir einfach gestellt habt, die habe ich so praktisch in den nächsten Parts jetzt beantwortet. Die kommen jetzt und jetzt ist es halt so, hier Freuden der dunklen Ernte oder ich will kurz noch sagen, heute, im heutigen Part wird es drum gehen. Da werde ich euch die goldene Krone zeigen, wie man die bekommt. Und genau so ein Titel hier, Prüfungs-Champion, glaube ich, heißt der Titel, ist auch in einer Minute erklärt, nur dass ihr wisst, was so los ist. Jetzt habe ich das Spiel gestartet, wollte euch das eigentlich zeigen. Wie gesagt, jetzt ist es hier dunkel und hier Freuden der dunklen Ernte wurde mir angezeigt. Da habe ich gedacht, komm, hole ich euch jetzt hier an der Stelle mit und werde das auch noch in das Video packen, nur dass ihr da Bescheid wisst. So, sei bei der diesjährigen Feier der dunklen Ernte dabei mit einem kostenlosen dunklen Ernte-Leuchtsignal und Siegel. Beide Gegenstände werden kostenlos im Shop verfügbar sein, bis die dunkle Ernte am 5. November endet. Schattige Himmelslayer, hol dir deine Geschenke. Machen wir doch mal direkt. Ich weiß jetzt nicht, ob er direkt dorthin springt. Es soll ja kostenlos sein. Ah, hier sieht man es auch dann sehr schön. Äh, ne, hier, dunkle Ernte, Kürbissiegel, Leuchtsignale und Siegel. Okay, ist es nur das? Ne, müsst ihr hier unten, ah, genau, hier auch nochmal dunkle Ernte, Kürbis. Ja, bla, holen wir uns dann mal. So, Angebot annehmen, gratis, können wir uns dann holen. Wunderschön, danke für Ihren Einkauf. So ist es. Und dann ist es auch weg. Und da haben wir das Ding hier noch. Also immer, wenn man hier was kauft, was es dann nicht mehr gibt, ist es dann auch aus dem Shop draußen. Wird nicht ausgenullt oder sowas. Ist ja auch mal schön zu wissen. Das ist ein Paket Katzengesicht. Gut, sieht auch ziemlich dämlich aus. Was gibt es denn hier noch Schönes? Ja, ist also immer eine schöne Möglichkeit, auch mal wieder hier in den Shop reinzugucken. Um zu gucken, ob einem da was sehr gut gefällt oder eben auch nicht. Ja, Leuchtsignale und Siegel und so weiter. Äh, ne, war es nicht? Banner? Banner kriege ich nichts oder was? Oh, das sieht auch cool aus. Wenn es denn links angezeigt werden würde. Ja, bla, muss ich auch mal reingucken. Werde ich vielleicht noch extra was dazu machen. Wenn ich jetzt irgendwas übersehen habe oder irgendwas nicht geholt habe, könnt ihr das mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Hier sehen wir es ja. Dunkle Ernte, Kürbissiegel und Dunkle Ernte haben wir bekommen. Jetzt ist es hier dunkel. Ich gehe zuerst mal auf die Hauptsache im Video ein und das ist hier Prüfungschampion. Hier Persönlichkeit, Siegel und Banner, ne, Titel. Hier Prüfungschampion ist jetzt mein neuer Titel. Ihr seht es hier unten, Montix YouTube. Prüfungschampion Montix. Wunderschön wird dann immer, wenn man in die Prüfung oder in die neuen Jagden reingeht, wird das dann auch so angezeigt. Oh, hier sieht man auch das neue Leaderboard gegen Shroud. Da kann ich vielleicht auch noch ganz kurz was. Leroy Jenkins. Da ist er. Ja, das neue Leaderboard. Alle so um die drei Minuten, die es Solo schaffen. Sind da viele drin. Vier Minuten, fünf Minuten, sechs Minuten, 38 Leute. Da wird es auch direkt schon uninteressant, sage ich mal, hier in der Region, weil man einfach sehr wenig bekommt. Wie sieht es da in der Gruppe aus? Schon etwas besser. Ja, auch wieder die Fäuste überragend. Ja, bla, bla. Gibt es da viele? Ja, da gibt es schon einige. Aber auch drei Minuten ist da sehr, sehr schwer zu knacken. Dass ich meine 200 fehlenden Goldmarken diese Woche bekomme, das wird sehr, sehr schwierig. Warum 200 fehlende Goldmarken? Das ist passiert. Hier, Lady Fortuna. Und ich gehe schon ganz weit nach unten, hier oben. Oder ich schlauche, ich mache es mal langsam. Zell des Sprintens kennen wir. Berserker. Disziplin kennen wir. Heiler kennen wir. Strategen. Ingenieur. Holzfäller. Railsplitters. Cantin. Einfach das gleiche wieder. Den Bug haben sie da irgendwie immer noch nicht rausgeholt. Das ist doch das gleiche, oder? Waffenteil Axt Mod. Ist doch absolut identisch hier. Einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Also ich verstehe da den Unterschied nicht. Zerstörungsklingen. Momentumklingen sind da am Start. Taktikermagazin ist Zerstörungsvisier. Stachelige Speerspitze. Pfeifende Klinge. Momentumknauf. Unerbieterlicher Ansturm. Unstillbarer Tanz. Rachende Überladung. Was für eine rechende Überladung. Tollkühner Sprung. Breitseitenlaterne. Also hat sich wenig getan. Ich gehe da jetzt mal runter. Und hier wird es dann schon interessanter. Siegreiche Axt. Und dann Champion Axt. Und da seht ihr es jetzt. Also von jeder Variante, die es vorher für 500 Goldmarken hier gab, gibt es jetzt praktisch so eine Champion Variante. Hier ist die siegreiche Axt. Die Sachen kriegt man ja direkt oder hat man direkt freigeschaltet. Und wenn man das jetzt so sieht, auch im farblichen Vergleich, sage ich mal, lohnen sich die silbernen Sachen ja wirklich überhaupt nicht, oder? So ist mal meine Meinung. Wenn man jetzt hier direkt mal den Unterschied sieht. Das ist ja Wahnsinn. Das hier sieht eigentlich aus wie ein Grafikfehler, oder? Jetzt so im direkten Vergleich. Die ganzen silbernen Sachen irgendwie so, als ob sie halt, jo, haben halt alle Farben, die Farben verloren irgendwie. Und hier sieht es dann mit dem Schwarz-Gold, sieht dann schon richtig cool aus. Das gleiche bei den Kettenklingen hier gibt es jetzt auch in der goldenen Variante, aber auch für 1.000 kann man sich dann kaufen. Aber ich finde, da lohnt sich der Kauf und es macht auch vielleicht irgendwann mal Spaß, auf diese Marken hier zu sparen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das im Bereich des Möglichen ist. Ihr seht es ja, es wird relativ teuer. Pro Waffe 1.000 und unten kommt noch ein Titel. Ne, was kommt noch? Ihr werdet es ja gleich sehen. Die Krone noch und ein Banner noch. Dann sind wir bei 6.000 und das durch 300. Das sind dann zwei Jahre oder was, wo ich dann da spielen muss, um alles auf Gold da zu bekommen. Und muss auch immer alles schaffen. Das dauert schon ein bisschen. Ach Quatsch, das stimmt ja gar nicht. 300 pro Woche ist es ja nicht pro Monat. Egal, ich habe jetzt falsch gerechnet. Auf jeden Fall dauert es sehr, sehr lange. Einige Monate, bis man da alles voll hätte. Hier sehen wir den Hammer. Der sieht auch super nice aus. Die Repetierpistolen auch hier mit einem Grafikpack sozusagen. Und hier dann in der schönen Variante. Der Speer sieht auch viel, viel cooler aus. Dann Gold, Schwarz, Siegreise, Schwert, bla. Und dann in der Champion-Variante sieht auch super geil aus. Wie man das Ganze bekommt, werde ich auch gleich noch erwähnen. So, dann hier die Stulpen. Stulpen? Achso, das sind die ganz normalen Handschuhe. Dann hier in der goldenen Variante. Die Beinschienen und dann in der goldenen Variante. Merkt ihr das mit dem Grafikpack? Also für mich ist das ein Grafikpack. So sehen die doch richtig geil aus und so. Das ist doch einfach nur behindert, oder? Eigentlich kaum vorstellbar, dass man... Also ich kann euch... Oder ich werde es jetzt gleich schon einstreuen. Ich gehe es mal ganz kurz noch durch. Ne, machen wir es doch andersrum. Hier sehen wir den Helm. Ich mache jetzt nur schneller. Brustpanzer. Und hier der hübschere Brustpanzer. Auch richtig geiler Unterschied. Dieser Brustpanzer hätte ich mir, glaube ich, nie gekauft. Und der hier, das kann man sich schon mal zulegen. Und dann hier, Krone des Champions. Da ist das Ding. Die goldene Krone sozusagen. Und dann sehen wir hier noch den Banner. Normal. Und dann halt... Achso, rechts seht ihr es. Den Banner normal. Auch den Grafikpack-Banner. Da weiß ja keiner Bescheid. Und hier, da weiß man schon Bescheid. Oh, der da hat mal was geschafft, sage ich mal. Goldener Slayerkern. Und dann nochmal die Farbe. Also die Farbe lasse ich mir noch gefallen. Ansonsten, mein Tipp. Kauft euch nie die 500er Sachen. Spart dann lieber. Und versucht irgendwann dann mal. Und jetzt kommt es. Wie schaltet man das Ganze frei? Unter die Top 100 zu kommen. In einer Gruppe. Solo. Jetzt hier bei Shroud zum Beispiel. Ihr müsst es einfach nur schaffen, am Ende der Woche halt hier in den Top 100 zu sein. Und das ist ja vielleicht schon irgendwann mal möglich, sage ich mal. Also spart euch eure Kronen, eure Goldmagen, auch wenn es vielleicht schwerfällt. Hier sehen wir auch einen Speerspieler, der es dann fast in 10 Minuten geschafft hat. Der ist jetzt auch in den Top 100. Wird er wahrscheinlich am Ende der Woche immer noch sein. Höchstwahrscheinlich, weil es nicht so viele gibt, die den Solo legen. Ja, und dann hat man es halt eben auch geschafft. Und wir hatten es halt hier in der Gruppe geschafft. Ihr habt das Video ja gesehen, wo wir 25 da oder was waren. Und dort waren wir dann am Ende der Woche. Und wann ist Ende der Woche? Natürlich, wenn das neue Monster reinkommt. Dann ist er so. Und da waren wir 50 da oder so. Pi mal Daumen. 50 da, 55 da. Also wir sind noch 20, 30 Plätze abgesackt. Da wisst ihr auch, was passiert so in der Woche. Ja, also in der Woche kann man da schon 30, 40 Plätze nochmal absacken. Da muss man so schon ein bisschen gucken, dass man drin bleibt. Oder auch in neuen Konstellationen reingeht und sich so seinen Platz sichert. Also immer, wenn man mit der gleichen Gruppe eine neue Zeit macht, wird die alte ersetzt. Holt man natürlich jemand anderen mit rein, ist es eine neue Bestzeit. Und so haben sich auch schon mehrere Spieler hier einen Namen gemacht, die in mehreren Gruppen halt einfach immer am Start sind. Ja, das so dazu. Und wenn man unter diesen Top 100 hier ist, dann am Ende dieser Woche merkt man eigentlich gar nichts. Es kommt keine Meldung und nichts. Man muss sich einfach nochmal neu ins Spiel einloggen. Geht hier zur Lady Fortuna. Und dann plötzlich sind diese Sachen hier im Job. So war es bei mir. Da kam keine Meldung, nichts. Und da steht ja auch hier eine goldene Axt für diejenige, die vergoldete Marken auf der Insel der Prüfung und den Titel Prüfungschampion verdient haben. So, und Prüfungschampion habe ich verdient. Und somit bleibt das Ding hier immer aktiv. Und ich muss mir jetzt meine 1000 zusammensparen. Ich tendiere im Moment ziemlich stark zum Brustpanzer, den ich irgendwie richtig cool finde. Den finde ich richtig nice. Oder halt zu der goldenen Krone. Die silberne Krone wird mir hier nicht mehr angezeigt, da ich die silberne Krone schon gekauft habe. Jetzt habe ich halt nur noch die Möglichkeit, die goldene hier zu kaufen. Sollte es so sein, dass die alte ersetzt wird und man die 500 wieder gutgeschrieben bekommt, werde ich euch informieren. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Aber ihr könnt mir es auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es dann besser wisst. Ich glaube da habe ich jetzt alles gesagt. Ich habe mir hier noch einen Spickzettel geschrieben. Krone, Titel habe ich alles gesagt. Die hellen Parts, also sprich die neuen Folgen, die kommen, die hellen Parts. Ja, da ist es halt so, wie ich schon gesagt habe, habe ich voraufgenommen. Falls ihr euch dann wundert, warum sind da keine so wunderschönen Kürbisse? Und warum ist hier nicht alles dunkel und so? So, wie ist hier der Unterschied? Da könnt ihr mir ja auch mal gerne was schreiben. Wie war das letztes Jahr bei dieser, das muss schon mal so drin gewesen sein? Oder habt ihr da schon rausgefunden, was man genau machen muss? Es ist ja hier so dunkel und ich kann es schon vorwegnehmen, weil ich es schon weiß, man muss noch mal in die Höhle da laufen. Ich weiß gar nicht, wie ich genau von hier, ah, so komme ich in die Höhle. Wunderschön, habt ihr es jetzt auch gesehen? Ja, es gibt noch einen anderen Zugang. Ich zeige es nochmal für all diejenigen, die es nicht wissen. Es gibt, glaube ich, zwei Zugänge. Hier sieht man dann auch so Zeichen, sage ich mal. Ja, ich weiß nicht, ob das eine Art Schnitzeljagd sein soll oder sowas oder keine Ahnung oder ob es da irgendwas wirklich zu entdecken, freizuschalten gibt. Ob man vielleicht Shroud ein paar Mal töten muss oder irgend sowas, keine Ahnung. Ja, hier sieht man es dann auch. Also hier am Hafen entlang sozusagen, hier ist das Startgebiet, hier vorbei. Das ist, sage ich mal, der Weg, den sich wirklich jeder einprägen kann. Es gibt noch einen anderen, aber merkt euch einfach den hier. Dann hier durch die Höhle, da seht ihr auch die verschiedensten Zeichen und könnt die da irgendwie entschlüsseln oder was auch immer machen. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nicht. So, was ist dann jetzt? So, da müssen wir hochspringen, das ist mal ein bisschen tricky. Hier hoch wieder. Hallo? So, dann hier durch. Dann ist hier irgendwo eine Schildkröte, die genauso rumschildkrötet wie sonst auch. Ja, durch die kann man immer durchlaufen wie damals auch. Ja, und dann kann man hier in eine Höhle rein. Und dann sieht man es schon. Da ist es definitiv, gibt es da eine Änderung. Hier steht nämlich so eine Shroud-Statue rum oder was auch immer das darstellen soll. Doch, ich würde mal sagen, das ist eine Statue, oder? Da kann man jetzt hochjumpen und das war es, oder was? Und hier gibt es Äther ohne Ende. You, use, me, too. Keine Ahnung. You, U, Z, me, me, too. Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Weiß auch nicht, ob es da irgendein Rätsel gibt oder irgendwas. Vielleicht muss ich irgendeinen Mode machen. Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was man da machen muss. Ob man was machen muss. Ja, angreifen kann ich den ja auch nicht oder irgendwas anderes drücken. Ja, ist einfach so ein optisches Ding hier. Nehme ich mal an. Oder es muss irgendwas passieren. Vielleicht muss ich auch irgendwelche gewissen Jagden machen. Und dann wird hier mehr Rauch aufsteigen. Keine Ahnung. Sind alles jetzt nur Spekulationen von mir. Ich habe keine wirkliche Ahnung. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was es da zu machen gibt. Im Shop ist es wohl so, dass es noch irgendeinen Emote gibt. Ich gucke mal gerade. Vorräte, Sozial, boah, ne, Event. Ah, genau, doch, Event. Hier. Hier gibt es noch so ein Ankunfts-Emote, der jetzt wieder am Start ist. Das sind sie ja wirklich alle sehr schön. So, dann hier Kopf des Schnitters gibt es noch einen Rüstungsskin, der übrigens ganz immer so uncool ist, finde ich. Für 500 Marken kann man fast machen. Kürbiswurf, was ist das, ein Emote? Ja, weiß ich nicht. Ja, die Laterne, die sieht ja eigentlich ganz lustig aus, muss ich sagen. So eine Kürbis-Laterne. Ja, Gun und Zombie-Tance gibt es da noch hier. Können wir uns mal noch kurz angucken, was es hier so Schönes gibt. Ja, genähter Erntestoff, ja, sieht man leider jetzt schlecht. Also die sechs Sachen gibt es da noch. Ja, weiß ich nicht, kann man machen, muss man nicht. Der Kürbiskopf finde ich eigentlich echt lustig. Keine Ahnung, ob ich mir den zulege oder nicht, werde ich mir noch überlegen. Ja, und dann soll es das eigentlich soweit schon gewesen sein, Extraslots. Ne, wo gibt es denn jetzt hier ein Saisonalevent? Wo gibt es denn jetzt nochmal eine tägliche Login? Ah, der ist jetzt hier empfohlen, tägliche Login. Den muss ich nämlich auch noch machen. Ist da irgendwas Neues drin? Ne, keine Ahnung. Ja, lasst mich gerne wissen, ob es da noch irgendwas gibt, ob ich irgendwas übersehen habe. Ah, ja, ich habe noch was übersehen. Das habe ich gerade gesehen. Und zwar hier. Sieben Stunden Harlekin-Gesichtsbemalung. Ja, gut, kann man sich auch mal kaufen. Vielleicht kann man damit irgendwas noch bewerkstelligen, irgendeine coole Sache. Vorratspack, neue Slayer, 50 Rabatt. Ja, keine Ahnung. Und dann halt hier diese Sachen halt. Keine Ahnung, ob mir die jetzt nur Premium-Kopfgeld machen, ob die mir jetzt nur angezeigt werden, ja oder nein. Keine Ahnung. Jetzt ist der Part doch ein bisschen länger geworden. Ich hoffe und denke, dass ich an alles gedacht habe. Ich weiß es nicht. Mal sehen. In sieben Tagen kommt ja auch der neue, ungefähr in sieben Tagen, der neue Jagdpass raus. Da geht es auch so irgendwas um die Schatten hier irgendwie. Keine Ahnung. Wir werden mal sehen. Jo, die neuen Builds kommen dann im Laufe der nächsten Tage. Ich wünsche euch was. Wünsche euch einen schönen Tag. Lasst Abo, Like, Kommentar da. Bin echt mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ob es da irgendwas gibt, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe. Würde mich echt freuen, wenn ihr mich da ein bisschen aufklärt. Ich werde es vielleicht selbst noch rausfinden und noch ein Video dazu bringen. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Ich wünsche euch was. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.